Die verheerenden Buschbrände in Australien haben sich am Wochenende ausgeweitet. Allein im Bundesstaat New South Wales loderten derzeit 85 Feuer, 40 von ihnen seien außer Kontrolle, so die Feuerwehr. Die Behörden des südöstlichen Bundesstaates Victoria riefen Anwohner und Urlauber dazu auf, bestimmte Regionen zu verlassen. Australiens Regierung kündigte eine Entschädigung für die freiwilligen Feuerwehrleute an von umgerechnet knapp 190 Euro pro Tag. Viele helfen hier in ihrer Freizeit oder während ihres Jahresurlaubs. Rentner, die helfen, haben auf Weihnachten mit ihren Kindern und Enkeln verzichtet. Es ist schon ein außerordentliches Opfer, das viele gebracht haben. Für Montag sind in einigen Regionen wieder Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius und starke Winde zu erwarten, hieß es. Die Buschfeuer wüten seit September in fünf Bundesstaaten Australiens. Bislang wurden mehr als vier Millionen Hektar Land zerstört, eine Fläche, die ungefähr dem deutschen Bundesland Niedersachsen entspricht.